So, jetzt haben wir mal das. Das sind die ersten Minuten, das sind die gewählten Flugzeuge. Schon zwei Uhr, das ist ja. Jetzt haben wir das Highlight. Modellbauer sind absolut verrückt und wir haben alle Nagel durch den Kopf. Und es gibt Leute, die haben Kinder, die sind groß und irgendwann sagen sie sich, was mache ich jetzt mit diesen bescheidenen Hobbycars? Ich habe einen Pilot, die sind ja gerade nicht. Ich habe einen Pilot, die sind ja gerade nicht. Meine Bremse hat er auch nicht. Aber lange, leider. Sind Gott froh, dass wir einen Polizisten unter uns haben, die ziehen das Ding nachher reden. Oh, bitte. Jetzt brennt er, zieh die, zieh die. Das ist vollkopp krank, der ist ja gerade. Das ist vollkopp krank, der ist ja gerade. Das ist vollkopp krank, der ist ja gerade nicht lang genug, damit er nicht richtig aufs Kipptruck, aber es ist auch ganz gut so. Guck mal, der hat keine Fuß, Schuh so, die sind ja gerade weg. Dann komm einmal noch, gib alles. Ein Versuch hast du doch abzuholen. Vielleicht soll das mal mit den Händenversuchen, da sollte man die Hände ausbreiten. Guck mal, der Zugang rückt mich. Guck mal, der Zugang rückt mich. Guck mal. Guck mal. Guck mal, gut. Guck mal, das ist ja nichts. Guck mal. Guck mal. Ah, Fernapplaus.